Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr den Menschen, mit denen ihr zusammenlebt, nicht vertrauen könnt? Aber wisst einfach nicht, warum? Ich lebe mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester Jenny zusammen. Ich war 14 und hatte meinen Vater nie kennengelernt. Meine Mutter erzählte mir immer, dass er beim Unfall starb. Immer, wenn ich sie um eine Erinnerung bat, sagte sie mir, dass Details zu schrecklich seien. Obwohl wir in einem alleinerziehenden Haushalt lebten, hatten wir eine Menge Geld. Unser Haus war riesig und ich durfte mir alles kaufen, was ich wollte. Ich hatte eigentlich kein Taschengeld. Ich konnte einfach an der Handtasche meiner Mutter gehen und mir nehmen, was ich wollte. Einschließlich ihrer Kreditkarten. Ich hatte keine Ahnung, woher unser Reichtum kam und ich habe ihn nie in Frage gestellt. Meine Mutter arbeitete nicht und verbrachte die meiste Zeit am Pool. Bevor ich weitermache, vergesst doch nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Wie auch immer, wo war ich? Ich wuchs verwöhnt auf, aber ich war nicht so herablassend wie die reichen Kinder, die ihr vielleicht in Filmen kennt. Ich hatte ganz normale Freunde, die nicht so reich waren wie ich und ich gab ihm alles, worum sie baten. Alles war gut und das Leben war ein Kinderspiel, bis ich eines Tages früh von der Schule kam. Ich sah eine gemollige Frau bei uns mit einem engen lila Kleid. Sie roch nach Alkohol und als ich näher kam, bemerkte ich, dass ihr Lidschatten übers ganze Gesicht verschmiert war. Ich musste mich beherrschen, nicht zu lachen. Oh, Gott sei Dank, du bist hier, Liebes. Ich habe den ganzen Nachmittag auf dich gewartet. Deine verkommene Mutter will die Tür nicht öffnen. Sie hat die Dienerin gesagt, sie soll mich wegschicken. Wer sind sie? fragte ich verblüfft. Oh, Lia, Liebling, ich bin deine Tante Brenda, die Schwester deines Vaters. Deine Mutter mag mich nicht. Deshalb haben wir uns nie getroffen. Das sind aber furchtbare Regeln und sie ist eine furchtbare Frau, sagte sie und bekam Schluck auf. Sie war eindeutig betrunken. Können Sie bitte nicht so unhöflich über meine Mutter sprechen? sagte ich wütend. In diesem Moment sah ich das Gesicht meiner Mutter am Fenster. Lia, komm sofort rein. Brenda, verschwinde von dem Grundstück oder ich rufe die Polizei, schrie sie. Hier, nimm das. Bewahre es gut auf, sagte meine betrunkene Tante und drückte mir einen Post-it-Zettel in die Hand. Ich steckte ihn mir in die Tasche und wartete auf meine Mutter, die schrie, Lia, ich sagte, komm herein. Ich öffnete die Tür und schloss sie schnell ab. Mom, ich wusste nicht, dass ich eine Tante habe. Wieso hast du mir noch nie davon erzählt? Sie ist verrückt und sie ist nicht wichtig. Die Familie deines Vaters hat mich nie gemocht. Ich hasse sie alle. Hör auf, so viele Fragen zu stellen und geh auf dein Zimmer. Ich hatte sie noch nie so wütend gesehen und rannte in meinem Zimmer. Nach dem Abendessen erinnerte ich mich an den Zettel von meiner Tante. Ich kramte in meiner Tasche und holte ihn raus. Es stand eine Nummer drauf und für eine Weile war ich verwirrt. Hm, vielleicht war es ihre Telefonnummer, dachte ich. Ich holte mein Telefon raus. Hallo? Sagte eine männliche Stimme am anderen Ende. Hallo, meine Tante hat mir diese Nummer gegeben. Wer sind sie? Oh mein Gott, ist das Lia? Ja, weißt du, bin. Ich bin es, Lia. Papa, ich bin dein Vater, sagte er. Ist das ein Scherz? Mein Vater ist tot, sagte ich. Hat dir das deine Mutter erzählt? Wie auch immer. Ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig und du musst mich ernst nehmen. Es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Ich habe deine Tante Brenda angefleht, die Nachricht weiterzugeben, aber sie war wohl zu betrunken. Dein Leben ist in Gefahr. Deine Mutter ist nicht die, für die du sie hältst. Sie ist eine gefährliche Kriminelle. Wir waren ein paar Jahre verheiratet, als ich herausfand, wer sie wirklich ist. Du warst noch ein Baby. Ich musste sie verlassen, weil ich wusste, dass ich die Wahrheit rausgefunden hatte. Ich fand heraus, dass sie Auftragskiller angeheuert hatte, mich zu töten. Also musste ich untertauchen. Es tut mir leid, dass ich nicht in deinem Leben war. Aber es ist nicht meine Schuld und ich verspreche, dass ich alles eines Tages gut machen werde. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, deshalb habe ich alle Beweise in ein Bankschließfach gelegt. Ich weiß nicht wie, aber du musst mich vor ihr retten, sagte er verzweifelt. Er erzählte, dass er den Schlüssel für das Schließfach in einem Eiswarenladen hinterlegt hatte. Er sagte, dass dieser Freund mir seine Wegbeschreibung geben würde zur Privatbank, in dem sich das Schließfach befand. Der Laden war nicht schwer zu finden. Ich traf den Besitzer und erkannte mich. Viel Glück, hier ist die Wegbeschreibung zur Bank, sagte er, während er mir den Schlüssel und einen Zettel in die Hand drückte. Ich sprang sofort in ein Taxi und gab dem Fahrer die Wegbeschreibung, die ich gerade bekommen hatte. Nach 30 Minuten war ich da. Ich ging hinein, zeigte ihnen meinen Schlüssel und sie führten mich zu dem Kasten. Als ich sie öffnete, lag dort ein Stapel von Dokumenten, die alle in ordentlichen Mappen angeordnet waren. Ich hob sie vorsichtig auf und steckte sie in meinen Rucksack. Zu Hause ging ich sofort in mein Zimmer, um sie zu lesen. Meine Mutter faulenzte wie immer am Pool und ich bin mir nicht sicher, wo meine Schwester war. Ich schloss die Tür ab und begann zu lesen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben völlig aus dem Ruder gerät. Es gab Beweise dafür, dass meine Mutter in Geldwische, Verkauf und Handel von Drogen und was am schlimmsten war, in Mord verwickelt war. Es gab mehrere Zeitungsausschnitte, die von sechs Männern berichten, die in einem schiefgelaufenen Drogendeal angezündet und getötet wurden. Darin wurde erwähnt, dass meine Mutter die Hauptverdächtige war. Das war nicht einmal das schlimmste Verbrechen. Einige sind so grausam, dass ich sie auf diesem Kanal nicht erwähnen könnte. Ich fragte mich, warum meine Mutter nicht im Gefängnis war und kam zu dem Schluss, dass das Netzwerk der Kriminellen so groß war, dass selbst die Polizei Angst hatte, etwas gegen sie zu unternehmen. Mir wurde schwindelig. Erst jetzt erfahre ich, dass mein Vater lebt. Und jetzt ist meine Mutter eine gefährliche Kriminelle? Ich musste so tun, als wüsste ich nichts und führte ein normales Gespräch mit meiner Mutter. Es war Anfang des Sommers und wir planten eine Reise in die Karibik auf unserer Yacht. Sie war aufgeregt wegen all der Details und erzählte mir von all den Plänen, die sie für die Insel hatte. Nach einer Woche ging's los und wir atmeten den frischen Duft des Meeres ein. Mein Schlafzimmer auf der Yacht war mein Favorit. Ich mochte es sogar noch mehr als alles im Haus. Es war gräumig und gemütlich. Ich hatte riesige Fenster und ich konnte das Meer sehen, während wir segelten. Ich seufzte, als mir klar wurde, dass dies meine letzte Reise mit meiner Familie sein würde. Ich hatte einen Fluchtplan gemacht, den ich so schnell wie möglich ausführen musste. Die ersten beiden Tage waren erstaunlich oder zumindest tat ich so, als ob sie es wären. Bald würde ich meinen Plan in die Tat umsetzen. Ich hatte bereits Haarfärbemittel und ein paar andere Dinge besorgt und natürlich nahm ich auch ein bisschen Geld aus dem Safe meiner Mutter. Diese Dinge hatte ich im Rucksack vorbereitet. Als wir die Gardinen erreichten, beschloss ich, dass ich schnell handeln musste. Ich wartete, bis eines Nachts alle schliefen und dann nahm ich meinen Rucksack, band ihn an einen Müllsack, damit er nicht nass wurde und sprang dann leise ins Meer. Ich schwamm, bis ich das Ufer erreichte. Dort angekommen, zog ich mich um und ließ die nassen Sachen am Ufer liegen. Ich ging weiter, bis ich einen sicheren Platz zum Ausruhen für die Nacht fand. Am Morgen fragte ich nach dem Weg zum Pferdterminal. Ich nahm eine Fähre zum Festland St. Vincent und dann ein Flugzeug nach Barbados. Es war ein kurzer Flug und einen Moment lang fühlte ich mich frei. Als ich Barbados erreichte, sah ich mich in all den Gesichtern um und fühlte mich verängstigt. Das war es also. Ich war allein. Ich ging ins Bad und setzte mir eine blonde Perücke auf. Außerdem trug ich eine riesige Brille. Ich tat alles, damit mich niemand erkennen konnte. Könnt ihr mir bitte helfen? Meine Eltern haben mich einfach hier gelassen und ich kann nirgendwo hin. Oh nein, armes Kind, komm mit uns mit, sagte der Mann. Sie brachten mich zu einem Auto und fuhren mich zu einem Heim für Kinder, die missbraucht oder ausgesetzt worden waren. Es tut uns leid, dass wir dich nicht mehr nach Hause nehmen können. Wir denken, dass du hier sicherer bist, sagte er, während seine Frau mich traurig anlächelte. Er sprach mit einer großen Frau, die vor Ort zuständig zu sein schien. Sie gab mir ein Zeichen. Ich weiß, dass das alles seltsam erscheint, aber innerhalb weniger Tage wurde ich von einem typischen reichen Kind, das sein Leben auf einer Yacht genoss, zu einem Kind, das ein Zimmer mit zehn anderen in einem Waisenhaus teilte. Ich lebte dort zwei Wochen und es war nicht so schrecklich, wie man es sich vielleicht vorstellt. Die anderen Kinder waren nett zu mir, besonders weil ich anders aussah. Meine meisten Tage bestanden aus Hausarbeiten und Spielen. Eines Tages rief mich die große Frau in ihr Büro. Dort saßen ein Mann und eine Frau. Harriet, sagte sie. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich Harriet heiße, weil ich offensichtlich nicht meinen richtigen Namen benutzen konnte. Wir haben eine gute Nachricht für dich. Es gibt ein Paar, das dich gerne adoptieren möchte, fuhr sie fort. Das ist wunderbar, sagte ich, da ich nicht wusste, was ich sonst hätte sagen sollen. Wir sind Mr. und Mrs. Beaton. Wir sind Bauern und leben in einem hübschen kleinen Haus am Meer. Wir würden dich gerne adoptieren. Wir haben seit Jahren versucht, Kinder zu bekommen, aber wir hatten kein Glück, sagte Mr. Beaton. So wurde ich die Adoptivtochter von zwei Bauern, die so glücklich schienen, mich als ihre Tochter zu haben. Ich lerne, man sich um Tiere und den Hof kümmert. Jeden Tag musste ich Kühe melken und sehen, ob die Hühner Eier gelegt hatten. Wenn ich alle Arbeiten erledigt hatte, durfte ich den Rest des Tages am Strand chillen. Was für ein tolles Leben. Eines Nachmittags war ich gerade dabei, die Ziegen zu streicheln, als ein kleines Mädchen auf mich zukam. Bist du Harriet? fragte sie. Ja, und wer bist du? fragte ich. Das sage ich dir nicht. Schau, sagte sie, während sie mir ein Stück Papier reichte. Ich nahm es und sie ging davon. Wieder eine Telefonnummer. Och nein, nicht schon wieder, dachte ich. Ich wählte die Nummer. Lia, es war mein Vater. Was ist denn hier los? Woher weißt du, wer ich bin? fragte ich. Hör gut zu. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du es so weit geschafft hast. Aber die Leute, die dich adoptiert haben, sind nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit, wer du bist. Was glaubst du, warum deine Mutter dein Verschwinden nicht öffentlich gemacht hat? Du bist praktisch verschwunden und nicht einmal die Polizei weist davon. Mr. und Mrs. Beaton gehören zum selben kriminellen Netzwerk wie deine Mutter. Aber Dad, warum schickst du mir immer wieder Nachrichten, anstatt mich selbst zu holen? Warum kommst du nicht und bringst mich an einen sicheren Ort? fragte ich ihn. Aber es war zu spät. Er hatte aufgelegt. Ich bin noch in derselben Nacht aus dem Haus weggelaufen und bin immer noch auf der Flucht. Manchmal denke ich, ich sollte zu meiner Mutter zurückgehen und hoffen, dass sie mir verzeiht. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Was würdet ihr an meiner Stelle tun?